Musik Heute sind wir in Gerritsried unterwegs und wollen uns die ehemalige Munitionsfabrik anschauen mit dem gesprengten Kraftwerk und dem Feuerturm. So, da ist der erste Bunker. Etwas rutschig, schauen wir mal da rein. So, da ist der erste Bunker. Jetzt geht's wieder raus. So, da ist der erste Bunker. 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 Musik Wisst ihr, was das war? Ein Ein-Mann-Bunker, glaube ich. Ein Ein-Mann-Bunker, ja genau. Da ist noch die Skischarte drin. Genau. Und das dürfte irgendwo... Das ist der Kopf oben drin. Genau. Irgendwo müsste auch dann die Tür rumliegen, oder? Türe nicht. Ich glaube, das ist das, was da offen ist, wo der Stand ist. Da an der anderen Seite. Der Boden. Dürfte der Boden sein hier. Genau, da ist der Boden, da ist der dringend gestanden. Und hier war dann die kleine Türe. Genau, da war die Türe. Hier sieht man noch die Einfassungen für die Scharniere. Und dann war hier, wo der Steil betrunken ist, schon alles schul ist. Es dürfte auch gesprengt worden sein. Und hier ist dann oben der Decke gewesen. Eher Kucklöcher drin. Und die Türe. Wenn man sich vorstellt, dass da einer dringestanden ist, der Kucklöcher drin ist, der Kucklöcher drin ist. der Kucklöcher drin ist. Und da kommt der Kucklöcher drin. Und da kommt es weiter mit den Kucklöcher betrunken. Vielen Dank. Da, schau, da hängen die ganzen Sachen runter. Achso, sag halt, dass die an dir hängen, sorry. Das habe ich nicht gesehen. Guck, ein ganzer Knisch da. Ja. Jetzt machen wir ein bisschen Partys. Und schon hast du hier dieses Baumeiergelebe und dieses, was du auch noch runterhängt. Hello. Hallo. 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 das könnte gehen wir durch das war der Feuermeldschirm 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 ausgeschrieben das war der Feuermeldschirm das war Kiefer das war der Feuermeldschirm Dann sind wir hier so lange nach oben. Dann sind wir doch ja. Jetzt haben wir hier so lange nach oben. Dann sind wir hier so lange nach oben. Die Kass is geschlossen. Dann sind wir so lange nach oben. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.